hallo kinder schön dass ihr wieder da seid ich habe euch ja versprochen dass wir zusammen lesen lernen und lesen kann man nur wenn man buchstaben kann also es gibt das a und das b und das c das sind ja schon drei buchstaben und ist ihr was die kommen heute alle zu mir und stellen sich vor ich muss nur rufen okay wartet mal hallo herr hallo hallo ich bin der herr ihr seht das wenn ihr meine nase anguckt oh ja herr a a nein nicht a sondern a und nach mir kommt das b ach so sie haben ja eine a a nase nicht a a eine a nase okay herr a nase nicht ein a nase ich habe nur eine a nase ich heiße herr a ok dann arrivederci bye bye tschüss herr a warten wir mal auf das b tschüss ja oder kommt es schon das b b hallo wer sind sie denn ein b sind sie ein b b b sie sind ja ganz schön frech sie dürfen wieder gehen da ist mir doch das sehr viel lieber oder kommt das c hallo hallo herr oder frau c frau c bitte sehr ja wenn ich sie angucke sie sehen aus wie ein c mit augen sie sind ein unverschreibender frecher pengel ich gehe schon wieder tschüss oh nun ja das waren die drei gäste jetzt haben wir jedenfalls das a gelernt das b und das c und das nächste mal lernen wir vielleicht lesen okay tschüss kinder was que w w w Vielen Dank.